Jo was geht meine lieben Sucker Junkies, euer Alois wieder hier und heute gibt es mal wieder ein richtig richtig schönes Ring of the Laysom Video mit den lieben Syngrund und nochmal sorry dass ich keinen Stream Highlight Cut machen konnte, da waren auch ein paar nice unten checkt auf jeden Fall die Livestream Videos aus, werden ja 60 oder 90 Tage gespeichert also habt ihr die Chance dazu, ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns beim nächsten Mal Ich finde aber seit dem Update lädt alles erstmal nach, also irgendwie der Patch Ja also das Gefühl hatte ich aber auch, als hätte das die Ladezeiten von den Texturen irgendwie verlängert Ja das auf jeden Fall, irgendwie hat der Patches schlechter gemacht wie es vorher war Okay, ich sag mal die Ladezeiten sind dann, oder die Nachladezeiten sind dann ein kleiner Einkaufnahme wenn gewisse Bugs eh, oder eben halt Bugs dadurch behoben wurden ZB, äh, dass du aus Fahrzeugen oder so nicht, äh, aussteigen kannst Ich habe vergessen, meinen Spielton wieder zurückzustellen, äh, ah, da haben wir doch schon mal die Sniper, die ich will Ich habe vergessen, meinen Spielton wieder zurückzustellen, äh, ah, da haben wir doch schon mal die Sniper, die ich will Ich klinge einfach etliche Medi-Packs Was war denn hin? Moment Wo wollen wir hin? Äh, ja nach, nach da hinten gleich, Moment Wir fliegen dann gleich einfach da Ja, da tat ich, da tat ich sowieso vor Wir können uns auch wieder einfach hier in so eine Gondel setzen Zeit genug haben wir Können wir von mir aus auch machen Ist mir relativ Ja, mir auch Ja, von da aus können wir ja dann immer noch entscheiden, ähm Wollte ich gerade sagen, außerdem können wir von der Gondel auch ausschießen, ne? Ja, ja Wie gesagt, das andere Ding ist ja, das andere Ding ist ja relativ auffällig, ne? Ja Ja, weil guck mal hier, ich hab da wieder so ein Schalldämpfer für Ja, ich leider nicht Ähm, ich wollte gerade sagen, wolltest du nicht einsteigen? Nö, eigentlich hatte ich gar keinen Bock So, jetzt packe ich dir hier das Vierfachscope auf das Dingen Am besten direkt mal nach Spielern Ausschau halten Ja, 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 tu ich, durchgehend Äh, vor uns, äh, 60 Auf dem Berg oder was? Ja, aber lass mich schießen, ich hab Schalldämpfer Ja Kannst mitmachen Macht Spaß Ne, ich glaube, ich würde dich dann anhitten Steh du mal von dem Wege, weißt du, um richtig Ja, diese Scheiß-Blenden, ne? Oh, hat der mir aber jetzt nen Hit gegeben Oh Ja Soviel dazu Tschüss Geh, geh Ja, du kannst mitmachen, wir sehens Hä, jah, 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 jah Oh, oh, man So n Spastiker, ey, So ein Spastiker Hä, jah, 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 jah Äh, jah, jah, jah Ihr richtig Arschgang, ey Guck mal, er schießt weiter auf wild Oh, guck mal, ich fahr sogar direkt in das nächste Zöhnchen Ich glaube, ist... So ein Lacker, ne? Und so behindert. Alter, wegen dir bin ich down. Was heißt wegen mir? Hättest dich ja nicht treffen lassen müssen. Ach, als hätte ich da so viel Bewegungsauswahl gehabt. Da hättest du dich ja auf einen anderen Platz setzen können. Wie geht denn das? Ja, keine Ahnung. Aber hättest du sicherlich machen können. Ich hab jetzt gerade einfach mal eine Waffe aus dem Fahrstuhl-Dingengeschmissen. So, meinst du, hier soll ich aussteigen? Musst du wissen. Stirb. So, also, ähm. Guck mal. Haha, daneben, du Opfer. Ne, ich hab'n getroffen. Unter dir, äh, ist auch noch einer, ne? Ja, ich weiß. Ja, rechts. Wo rechts? Ne, auf dem Berg, ein bisschen rechts. Ich weiß, das war ja der Typ. Also, der und sein Maid halt. Oder er dich gesehen hat? Ne, er haut ab. Ich glaub'n, ein One-Hit. Klapper. Wusste ich's doch. Glaub, ich mach' das lieber ganz, das ganze Geschall-Dämmt. Ach, der Arme, ey. Der ist total... Wow, hast du die Hitbox gesehen? Ja, ne... Ja, nicht gar... Also, mir wird nicht angezeigt, wenn du triffst. Nein, ich meine damit, dass ich grad' den Stahlträger getroffen hab', wo ich... Ja, das hab' ich. ...gezielt hab'. Ja, da ist noch so'n bisschen der Bug, ne? Lief da unten gerade jemand am Tor? Ne, das war nur so'n, so'n Render-Bug. Ich dachte, ich denk' es halt so oft, ne? Ja. Ja, guck, siehst du das? Das mein' ich. Ja, aber... Ab und zu sieht das echt danach, wenn das rendert, äh, danach aus, als würde, ne? Da jemand laufen. Das Schöne ist ja, ne, ich hab' hier die, mit der hab' ich noch, äh, 100 Schuss, das ist ein halbautomatisches Sniper, heißt, die werd' ich nicht so schnell los, und das hier, ne? Ähm, ja. Hab' hier 160 Schuss für. Ich bin jetzt mal gespannt, wo die... Oh. Aber... Aber soll ich dir was sagen? Du bist noch gut drin, ey. Achtung, Wand. das problem ist ich höre ich kann halt gerade nichts hören also ansatz weil ich habe das falsche ausgabe gerät und das problem ist ich kann halt auch nicht raus tappen hier muss ich hoch eigentlich da liegt aber auch fertig gut das sieht aus wie in dem film hier wie heißt er battle royale mit den schülern der klassenraum sieht echt fast genauso aus richtig nice das nächste ektar siehst du denn da unten das war ein baum oder da ist einer komm hol ihn da ist noch einer ja im gang da hatte ich glaube ich gesehen hat nämlich direkt zu dir hoch geguckt links von dir ist auch noch einer pass auf ich komm der schlitter so schön also ich glaube an dir vorbeiläuft gerade einer weil die auf dem berg kümmern sich das ding ist ja ich weiß das problem ist hier unten sind zwei ja und auf dem berg sind auch noch zwei achtung der unten der versucht gleich in den heli zu kommen da ist noch ein zweiter schlüssel kam von links ja ja ich habe gesehen er ist da unten drin da unten jetzt rechts von dir ist auch noch einer ich glaube die sind noch auf dem berg ich glaube die sind noch auf dem berg das war eine kaliber 50 ja aber trotzdem nichts machen können du hast dich damit komplett verraten ja also er wusste jetzt dass das war sein mail also ja aber du hast trotzdem war trotzdem lustige runde und stell dir davor die letzte zone ist dann um uns herum ja perfekt wäre so ja wäre halt wirklich perfekt der helikopter landeplatz direkt so vor unserer haustür so nach dem motto magazin und eine granate habe ich schon gefunden so ich hänge mit der farmers in dein haus bringen dich um und lauf nach haus anders sein dass die frames gerade wieder total am arsch sind hier liegt gut von mir gefällt denkt dran sniper sind mein eigentum wir liegen maschinengewehre und so ich pumpt dich mit schrot voll also wo war ich jetzt stehen geblieben ach ja wusstest du eigentlich dass ich auf jeden meiner waffen jetzt einen dreifach scope habe also zweifach scope und alle mit holo ist doch schön jetzt sollten wir langsam auf dem tor haben ne ja ich höre schon die autos irgendwas ist auf jeden fall gerade entweder berg oder umgebung um uns herum gefahren das waren schüsse ja und das auto kam von draußen ne scheiße ich bin so in dem game drin alter ich dachte das auto was ich ingame also ich dachte ich höre ein auto ingame dabei war also draußen lol egal ich komm hoch oh fuck hier oben ist einer wie bin tot hä klar warst du herzenfakt nö aber es scheint so als hätten wir wahrscheinlich wieder glück ne aber ich du sagst so scheiße hier ist einer ich bleib stehen ich höre von draußen keine steps nix ne und du ballerst rum und sagst du bist tot ich gucke auf die anzeige aber ich denke mal ich werde den friedhof besuchen und du guckst halt ne und äh saves mich ja weil wie gesagt also wir haben halt etwas also ich habe zumindest relativ nicht genügend munition und ich brauche ne sniper ok rechts von uns waren schüsse wagner city ungefähr guck mal ich habe gesagt ich brauche ne sniper ne mhm direkt deine gefunden war ja sowas ähnliches meine sturmgewehrsniper halt nur halt noch kein passendes visier ne so ein achtfach wäre jetzt auch irgendwie geil wäre passend neee äh auch wieder nur ein zweifach nimmst du zweifach mit wir haben vierfach genau das was ich gebraucht habe oh äh schüsse aus 60 ja weil da der erdorp ist aber ich sehe keine gegner ich höre nur die schüsse also wie das aussieht sind wir wieder last zone ne wie es momentan aussieht ja vom berg aus kommen schüsse berg aus zwei schüsse ne nicht mal sind schon relativ nah ja die sind in etwa die sind relativ close bei mir der wurde auch der wurde scheinbar auch gelootet aber guck mal wo noch ein airdrop landet da ich eh aufm rückweg bin ne logisch dass ich den mitnehme also äh auf jeden fall spotten soll ich den äh dings runter schmeißen auch granate zu auffällig da sind zwei gegner etwa hier treffer direkt unten war auch noch was schalt mit b bitte rum von unter dir ist einer ich habe einen knockout ja aber mit b kannst du auf einzel schuss umschalten zweiter krieg so etwas weiter höher am stein war auch noch einer weiter nach rechts gucken weiter nach rechts weiter ja da und dann weiter nach oben bisschen da an der ecke habe ich einen kopf gesehen gehabt ungefähr nur damit du es so ungefähr weißt von da wurde ich auch beschossen ungefähr aber hey ich habe zwei kids gemacht ja problem ist jetzt du hast so gut wie keine munition mehr du musst auf jeden fall runter da unten war auch ne äh ne große sniper der eine wird auf jeden fall vom berg aus beschossen oben auf dem berg ganz oben bisschen höher oh du siehst doch da die drei bäume jetzt nicht mehr jetzt da oben wohl auch die hütte steht dieses komische zelt da siehst du ja diese drei bäume ich meine hinter dem baum steht einer da ja ich bin mir aber nicht sicher links davon läuft auf jeden fall einer gerade in deinem scope hier ja nein weiter links ja ich sehe den nicht weil ich den äh ah jetzt ich hab's ich hab's ach mies ach schade du weißt was auf dich geschossen wird ja ja an dem stein rechts an dem stein rechts an dem stein rechts wo ich dir eben gesagt hab wo ich den guck gesehen hab da nein nein da gleitet einer nein da unten steht doch einer an dem stein ich seh keinen doch ah da ja ah da ne warte ja ich seh die halt nicht so gut äh grunds ruhig unter dir ist einer mpx schießt schneller wie die mp5 meinst die obere das war ein kaliber 50 nicht ins scope gehen sondern rechts gedrückt halten zum zum so anvisieren außenperspektive vielleicht auch unten direkt an der kirchturmmauer etc ja da schätze ich ihn mal auch aber egal bleib einfach da äh warte bis die alle zum helikopter laufen die müssen zum helikopter du kannst hinfliegen denk dran haben ne wir haben doch snowboard ach so ja da war was außerdem der helikopter platz ist da oben ne ja da wärst du auch locker hingekommen ich muss mich bewegen da oh mein freund hast du grad aber nochmal Glück gehabt nicht ins visier gehen außenperspektive schießen rechts 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 links ach misst egal wenn du sowas hast rechte maus hast du gedrückt halten aus perspektive anvisieren da ist das auch mit dem recall nicht so schlimm war trotzdem eine schöne runde und zum schluss war ich schön